Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie gerne gute Teigwaren haben, ist Ihnen der Name Gala sicher nicht ganz unbekannt. Gala bedeutet nämlich seit langem Garantie für beste Qualität. Und übrigens auch für abwechslungsreiche Teigwaregenüsse, wie verschiedenste Sorten und Formen hergestellt werden, von der Spirale, über die Spätzle, bis natürlich zu der Spaghetti. Das hier ist das Qualitätsgeheimnis der Gala-Teigwaren. Für die Herstellung braucht Gobe ausschliesslich bestes Hartweizengris. Das macht die Gala-Teigwaren kochfest und gibt einen Biss. Dazu kommen die Eier für eine schöne Farbe und für mehr Nährwerte. In Italien macht man ja heute noch die Teigwaren meistens selber. Aber man waltet den Teig aus und zum Beispiel für Nudeln schneidet man sie dann in Streifen schneiden. Und das ist auch das Verfahren der neuen, nochmals verbesserten Fäufeiernudeln, die Gala entwickelt hat. Nach dem Mischen der Zutaten wird der Teig echt gewalzt und nicht mehr gepresst, wie bei normalen Teigwaren. Hier werden die neuen Gala-Nudeln zu schönen Nestchen gewickelt, zum Trocknen weitergeleitet und anschliessend sorgfältig abgehackt. Lassen Sie sich doch von den neuen Gala-Fäufeiernudeln überraschen. Durch das Walzen kommen Sie nämlich einen besonders feinen, kernigen Geschmack über. Sie sehen den Unterschied auch sofort an der samtig-matten Oberfläche. Und es gibt sie als breite Nudeln, als Nestchen und als Nestchen mit Spinat und Tomaten. Jetzt geht es gleich weiter mit Neuheiten aus dem Coop-Angebot. Blanc Batu ist ein frischer Käse, den man in Frankreich schon seit langem kennt. Für linienbewusste ist Blanc Batu Natur ideal. Für leichte Saucen zum Beispiel oder Crème. Und zum Füllen von Tomaten oder Herdöpfeln. Für zwischendurch oder als fertiges Dessert gibt es Blanc Batu auch mit Früchten. Beide Varianten sind sehr gut. Wer in Zukunft auf aggressive Putzmittel verzichten möchte, kommt jetzt bei Coop eine gleichwertige Alternative rüber. Suso Soft, der sanfte Reiniger auf natürlicher Seifenbasis, wird auch mit stark verschmutzten Flächen in Küche, Bad und WC fertig. Ohne Mühe und auf die sanfte Art. Wenn Sie mit der Mode Schritt halten, dann schauen Sie doch den neuen Katalog von der Diana Schuhgeschäft an, wo die Post die Tage zu Ihnen heimbringt. Bei Diana finden Sie modische, bequeme Schuhe für die ganze Familie und erst noch zu vernünftigen Preisen. Wir kommen zum Coop-Rezept dieser Woche. Wie abwechslungsreich man das kalorienarme Buletfleisch zubereiten, habe ich Ihnen ja schon oft verzeigen. Hier eine neue Variante. Wenn Sie tiefgekühlte Boulet-Brüste nehmen, über Nacht aufdauen. Die Boulet-Brüste würzen und beidseitig im heissen Fett anbröteln. Der Brot der Fond mit Orangensaft, der verdünnt ist, ablöschen. Schere mit Maizena verrühren, dazugiesen und aufkochen lassen. Dann die Boulet-Brüste dazugeben, mit Ingwer und Curry würzen und zudeckt etwa 10 Minuten kochen lassen. In der Zwischenzeit Bananen schälen, der Länge noch halbieren und im heissen Anken goldbraun braten. Das fertige Gericht damit garnieren, Mandelsplitter darüber streuen und zur Trockenreisse servieren. Das Rezept ist lustig, gell Sie? Es steht in der Coop-Zeitung. Einen guten! Das wäre es für heute. Wir bedanken für das Zuschauen und wünschen weiter noch einen schönen Abend. Verpassen Sie aber die Aktionen nicht, die jetzt kommen. Das sind alles Sachen, die Sie gut brauchen können. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. Die Herren Flanellhemper finden Sie bei Coop für nur 13 Franken Stück. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Arnischocchi, jede 100-Kram-Tafel, 30 Krabben günstiger. Hug Darvida Vollkorn-Gebäck, Natür statt 2,80 nur 2,10. Die Flasche Coop Mineralwasser statt 50 nur 40 Krabben und die Tarassen an 12 Liter statt 6 Franken 4,80. Persil Vollwaschmittel 5 Kilo und ein halbes Kilo gratis statt 18,90 nur 14,90. Und nur morgen übermorgen und am Samstag 1 Liter Coop Himbeersirup statt 3,30 nur 2,70. Trauben Uva Italia per Kilo nur 1,80. Hier noch ein Hinweis für alle Fotoamateur. Zurzeit offeriert Ihnen Coop jede Farbkopie im Standardformat für nur 40 Krabben. Auf Wiedersehen!